Das ist die hübsche Nicolina. Eine wunderschöne Podenka. Sie ist zusammen mit Nicoletta angekommen. Nicolina ist noch etwas schüchtern. Aber langsam, es wird besser, ja? Nicht wahr, Schatz? Nicht wahr? Ah, und sie kommt schon neugierig zu uns und möchte uns kennenlernen, aber naja, es wird noch ein bisschen dauern. Ansonsten im Rudel, sie ist total problemlos. Na? Zeig dein Gesichtchen. Du bist ganz hübsch, Nicolina. Tschüss!